noch nicht einmal was geht und noch mehr pfeile was geht denke ich wieder runter nam 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 soll ich mal ein foto machen ja moiler wenn ich eine gute stelle finde man ein schönes foto für das samt vielleicht so mit im kampf so manchmal f2 drücken aber meistens mache ich dann sonst haben also seit neun wenn ich das video gerendert habe dann mache ich da gucke ich mir es an und wenn ich eine gute stelle findet durch drucktaste und dann führe ich das bei paint ein und dann speichert das von paint auf dem desktop und dann blub 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 ist meine antwort sorry dass das jetzt so bekloppt gesagt habe noch eine bandage ist sehr gut das lege ich heute was lege ich heute rum 304 hallo hallo ist hier jemand ich habe nur noch rot 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 Junge jetzt muss ich jetzt haue ich ab jetzt gehe ich in die stadt der heilung do you need you so ich frage jetzt aber heilung braucht und wenn ja dann heil ich ihn und dann sieht er dass ich nett bin und okay so dann gehe ich direkt mal hier meinen trinken austrinken und dann direkt mal wieder auffüllen daher kämpft er direkt gegen zombies aber ich renne lieber nicht obwohl da kommen da kommen noch mehr so scheiße ich glaube ich gehe jetzt hier lang und hau ab gut er lässt mich in ruhe das ist sehr danke 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 oh Junge bitte lass mich ich will doch nur aufnehmen alles nur für die für die für die zuschauer hau bitte so er braucht jetzt doch eine heilung schere nehmen so und bandage habe ich okay es war erst meine schere dann bandage und dann kacken ja irgendwie so ne erst bandage dann rosenrott dann schere okay hier bin ich hallo hey behind you ah da mal so mal so und einmal so da hau ab hab bitte ab hab bitte ab hau ab komm weg komm bitte weg 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 weh du greifst mich an komm ich tu dir nix ich tu dir nix another one will the cater don't worry game i no kill you ja das hätte ich jetzt auch gesagt oder ah you help der braucht hilfe warte vielleicht kann er braucht er ja heilung bei boah nicht der hat volles leben das steht im chat da braucht hilfe wo is er okay i hall whare ha 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 whare is heill Geh weg. Du hast zu wenig Leben, mein Freund. Das würde ich auch nicht angreifen, ne? Das wäre viel zu riskant. Also, versteck dich jetzt mal. Und ich gehe jetzt mein Abenteuer weiter zur Heilungsstadt. So nenne ich sie jetzt einfach mal. Wir mitten hier... Ja, ja, genau. Minecraft. Verschmähnig. Wie lange nämlich einer auch, das interessiert mich gerade. Boah, krass, schon 14 Minuten. Schon fast zwei Parts. Ne? Da kommt schon wieder jemand. Oh, fuck. Ich mache einen großen Bogen, ja. Okay. So. Einfach mal... Eigentlich wollte ich auch Peace schreiben, aber das war mir viel zu weit oben jetzt. Zu oft hätte ich drücken müssen und so. Und ich glaube, der kommt mir hinterher, der Typ. Hat er ja wirklich Gangnam Style Maske? Naja. Okay. So. Ich glaube, der kommt mir echt hinterher, der Typ. Also, so ganz vertraue ich ihm jetzt auch nicht, aber... Ich habe einen Heiltrank und so. Und dann sollte alles gut gehen. Naja. Ich gehe jetzt zur Stadt. Ey, ey, was geht, Minecraft? Was geht? Lass es. Lass es sein. Okay. Er ist schon geheilt. Das heißt, ich muss ihn nicht mehr heilen. Okay. Das heißt, ich schnapp' ich mir mal direkt. Noch ein Heilschwert. Noch eine Bandage. Do you need a bandage? Ja, ich rede mit dir. Na. Na. I. Have. Too. Much. 1, 2, 3, 4, 5. Hier kannst du sie haben. Au. Scheiße. Ich glaube, ich esse jetzt mal kurz ein verrottetes Fleisch. Ich habe ja genug Milch. So. Ist direkt wieder weg. Und jetzt habe ich wieder ein paar Plätze frei. Das ist auch gut. Äh, mache ich jetzt einfach mal so schräg. So. Warte. Oh, did you know I can some of my armaments? Ja. Oh, and did you know you can come out? Yes, I know that. Also er meinte, man kann halt Waffen, die man findet, nochmal kombinieren. So, dass sie heil werden. Und ja, habe ich jetzt auch gerade gemacht. Und. Ein Apfel. Ist cool. Naja. Verpiss dich, du dreckst, Zombie. Du, 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 du. Aber das ist echt gerade ein, na kein Rekord. Aber das ist echt sehr geil hier, dass ich so lange überlebe. Es wird schon, schon viele Aufnahmen sein. Und wenn, ja, keine Ahnung. Werdet ihr ja sehen. Wenn die Videos um sind, habe ich ja eh schon alles erlebt. Hey. Danke. Böser Chunk. Was steht denn da? Weiß ich nicht. Ist schon verpickschelt. Ich komme hier mal hinterher. Er ist cool. Er hat einen Vollbart, das heißt, er ist cool. Let's become, become, Bandit-Tealers. Warum? Warum? War Banditen-Heiler jetzt? Oh. Oh. Jung. Also, ich ducke mich jetzt irgendwie rückwärts, weil, ähm, die kommen, die sind super schnell, die Zumi, ist wirklich. Und, keine Ahnung, wenn ich rückwärts gehe, dann treffe ich, dann treffen die mich einfach nicht. Also, ich ducke mich und dann gehe ich rückwärts. Und da sind Lederschuhe drin. Die ziehe ich, die kombiniere ich direkt mal. So. Das schon wieder ein Zumi. Ich gehe jetzt, glaube ich, immer meinen Weg, ähm, gleich. Ach, siehst du, das ist ein Heutschwert hat er. Aber ich habe ja genug Heutschwert. Volle. Das ist echt geil hier. Wie schnell man hier Freunde wird. Und da, der Zumi, der kommt mir mal näher. Das ist echt geil.